Hallo, habt ihr denn einen Job für mich? Lass mich mal schauen. Kannst du kochen? Aha, das kannst du gerne den Backcamembert fragen, den ich mir in die Pfanne gehauen hab. Naja, ich hab einen Job hier in der Suppenküche. Oh, perfekt, dann kann ich kochen und was Gutes tun dabei. Hallo, ich bin Ronja, ich bin neu hier als Köchin. 30 Minuten zu spät. Ja, ich brauchte halt noch mein Kochoutfit. Na gut, ich zeig dir mal alles. Also hier ist... Oh, warte einen Moment. Hallo? Ja? Ich komme sofort. Ronja, es gibt einen Notfall. Schaffst du es alleine hier? Ja klar, kein Problem, du kannst mir vertrauen. Du musst das Essen nur aufwärmen. Ich denke, ich weiß, wie man Essen aufwärmt. Na gut, ruf mich an, wenn was isst. Ich mach hier grad noch ein bisschen Salz drüber. Das sieht ein bisschen fad aus. Uh, ein bisschen Chili und Salz auch auf die Pfannkuchen. Hallöchen, wie kann ich dir helfen? Hallo? Ich hab Hunger. Okay, einmal alles. Dann gibt's einmal hier. Und eine Portion Tortillas noch. Danke. Was ist das denn? Oh, ich hab dir ein bisschen nachgewürzt. Das, was du rausschmeckt, ist wahrscheinlich Chili. Schmeckt's dir etwa nicht? Das sind Pfannkuchen. Wieso sind sie scharf? Weißt du was? Ich kündige. Also, ich k BOF, was ich kündige. Ich kündige. Ich k east, wo du bist.